Ist ja auch zum Glück absolut kein weiter Weg, ne? Wir müssen ja nur durch zwei vollwertige Häuser gehen. So, stimmt. Ja, aber das ist ja... Ja, dann ist das ja das Letzte. Das Ding ist, dass es dieses Symbol hätte... Aber das ist durchgesprochen. It doesn't make sense. Das macht keinen Sinn, oder was? Ja, das ist ja quasi die Position, ne? Wir gucken so drauf. Das heißt, vorne links kommt das, vorne rechts kommt das und... Hier gibt's halt nix. Hier ist halt wieder, ne? Wir können, glaube ich, uns das letzte Bild immer nochmal angucken, ne? Wir können uns alle letzten Bilder angucken. Habt ihr was gemerkt? Links hat geruckelt. Weiß ich nicht. Oben ist Halbmond. Ist das beleidigt, oder was? Oben liegt der Halbmond. Guck mal, Bleiche! Zoom mal ran, da kann ich nicht ranzuchen. Ah, guck mal hier. Hier, hier können wir doch aber... Habt ihr gewusst, dass man mit Pfeiltasten da oben Bilder verwerfen kann? Warte, ich will jetzt das Foto davon haben. Ich will das da oben haben, damit wir gegebenenfalls rumrätseln können, falls das nicht passt. Ich will einen Zoom haben. Wir könnten es, wir können ranzoomen. Wir können es ranzoomen, warte mal. Ich mach mal ein neues Bild. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. So. Bild noch ein bisschen. Wir gehen jetzt runter und dann zoomen wir mal unten ran, ne? Und ich werde diesmal das Bild nicht verwerfen. Weil das wäre sehr verwerflich. So, lieber bin ich umwerfend und zoome gleich ran. Aber wir können jetzt erstmal das machen, was Kali geschrieben hat. Nö? So, probier mal unten links das Zeichen mit Reis und Strichter. Ja, quasi... Den Hagen, ne? Also, was jetzt hier unten links auch ist. Auf dem Bild ist alles gut zu erkennen. Oh, das haben wir ja schon gemacht. Das habe ich ja schon eingestellt. Dann wäre das... Wenn es die Perspektive ist, ist der hier. So, und jetzt müsste eigentlich da das andere sein. Aber wir haben das auf der Seite halt, wie gesagt, ne? Oder ist das gespiegelt? Und... Ich lasse mal dann versuchen. Ja, das war eigentlich nicht der Zoom, den ich wollte. Ach, da Halbmond. Halbmond? Den da? Den? Den? Wo sehen jetzt meine Bilder hin? Wo sehen jetzt meine Bilder hin? Wo sehen jetzt meine Bilder hin? So, weil das da drüben nicht existierte, hat der Pfeil da rüber gemacht. Dann hat er so einen komischen Halbmond hingezaubert, ne? Ah! Macht eigentlich sogar Sinn, ne? Ruhm schafft freigeschaltet. Say Cheese. Auf jeden Fall nur der Ruhm schafft freigeschaltet. Hä? 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 Was war denn das jetzt? Das hier, ne? Das andere Symbol gibt's eigentlich gar nicht wirklich. Oder war's das hier? Das hier war's, ne? Moment, das ist doch spiegelverkehrt. Das ist, so wie ich gesagt habe, nur spiegelverkehrt kann das sein. Ich will erst mal das mal probieren und dann erklär ich das mal. Ähm, guckt mal. Dasselbe, was Kali entdeckt hat. Verwerfen, verwerfen, verwerfen. So, guckt mal. Da oben, der Mons. Das sieht irgendwie so aus, als wär's, weißt du? So. Wie, wir sind dumm. Oh mein Gott. Hä? Jetzt stehen da die Zahlen drinne? Ja, stimmt. Steht da mit einmal. Oh, Kali sagt Gott. Oh mein Gott, sind wir dumm. Jetzt steht's da einfach drinne. Aber Ja, ja, wir haben es gesehen jetzt. Ja, oh mein Gott. Okay, gut, also Äh. Als ob wir das die ganze Zeit nicht gesehen haben, Alter. War vorher noch nicht, ja, ja. Unten kommt's. Was haben wir eigentlich richtig gemacht? Genau. Hä? Und oben kommt ne 2 rein? Oben war 2, ne? Oben kommt ne 2 rein. Ja, das jetzt geht's auch. Geht's auch. Okay, jetzt geht's auch ganz von alleine. Es ging jetzt von ganz von alleine, Leute. Das war's. Yo! Okay. Ja, in den Leiter. Na klar, geh ich da runter. Na gut, ich halte ein Horrorspiel, ne? Das ist niemals ein realistisches Haus. Also wir leben, glaube ich, in der Gedankenwelt von diesem Dämon, Alter. Aber cool, wir können runtergucken. Das ist geil gemacht. Man kann... Ich bin selber gerade unten mit meinem Fuß aufgekommen. Ich habe mich veranlassen, sorry. Oh nein, hier kommt irgendwas aus dem Wasser raus, oder? So eine pisse ich. Es sind immer die Wasser im Keller. Wasser... Da ist irgendwas drinne. Jetzt zuckt es schon etwas in mir. Ich mache nochmal ein Foto. Moment. Da ist noch nichts. Müssen wir uns merken, wo es rausgeht, ne? This box is extremely rusty. I won't be able to open it easily. Also du hast einen Hammer. Ich mache dir das in zwei Sekunden auf. Also das kannst du mir nicht erklären. Was bist du für... Hat gerade jemand Jepp gesagt? Jepp. Achso, das war der Hosenstein wieder. Oh nein. Oh nein. Gucken wir doch mal. Ja gut. Also wir sehen auf dem Foto tatsächlich dasselbe... Also gerade aufs Rot. Nein! Das ist er. Geh mal wieder ins Licht, ne? Das Band ist aus Salz. Geh mal rüber, ne? Okay, ich kann nicht mehr rüber. Das ist der Grund, warum Polizisten immer als erstes sterben. Umfähig nach Bestärkungen zu rufen. Ich glaube, ich muss was machen, ne? Ich verstehe dich nicht. Ich bin ein Sag. Ich kann keine Bilder machen, ich kann. Doch, ich kann Bilder machen. Ich will nicht schütteln. Das wird schon ruckeln, wenn irgendwas ist. Da will ich hin, ja. Was ist denn da? Guck mal hier, jetzt springt es ganz doll. Das hier ist richtig krass, ne? Hier ist richtig krass. Mein Fußschmerz wieder, nur so nebenbei. Okay, hier haben sie gerade... Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber meine Haare, die stehen komplett bergauf. Ja, er hat gerade gesehen, was passiert ist, als wir das gemacht haben. Aus welchen Grund sollen wir das jetzt nochmal machen? Oh, es bewegt sich. Es bewegt sich, Leute. Man, da habe ich kleine Eier aktuell. Officer Russell hier. in den Zentrum der Räume. Es sieht, wie es örtet ist. Ich werde weiter investigieren. Mal sehen, was auf der anderen Seite ist. Oh Gott. Ja, können wir uns angucken, klar. Wobei, habe ich die geschüttelt? Ich habe nicht geschüttelt, ne? Scheiße. Ich glaube, ich habe die Bilder nicht geschüttelt. Ich kann sie mir angucken, aber die werden schwarz sein. Also hier, ich kann ja... Ich glaube, ich kann doch gar nicht schütteln. Ich glaube, ich kann doch gar nicht schütteln. Ich glaube, ich kann doch gar nicht schütteln. Ich muss hier raus. Oh Gott. Was war das? Ich... Ich denke, ich bin nicht alleine. Es gibt nur jemanden hier. So, dann lass doch mal gucken hier. Da. Hier, guck mal. Die Bilder sind nämlich komplett von Brand. Die sind anders. Guck mal hier. So sehen. Warte. Hier, pass auf. So sehen nämlich nicht geschüttelte Bilder aus. Ich verpasse hier alles, Mann. Ich verpasse hier alles, Mann. Bin ich Czech im Land der Riesen oder was? Oder? Was wurde denn hier geschlachtet? Aber... Ich bin nicht mehr nahe, Mann. Ich steig zurück. Ich steig zurück. Ich steig zurück. Stopp! 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 Da war was, ne? Ich lobt da raus. Ja, ja, ja. Ich lobt da raus. Ja, ja, ja. Ja, hier ist ja immer noch das Ding anscheinend. Ich hab da grad was gesehen. So. Können wir das jetzt hier nochmal klären? Guck mal hier. So sehen Videos aus, äh, Filme aus, die wir nicht geschüttelt haben. Und so sehen die aus, die wir von dem Ding gemacht haben. Wir dürfen es noch gar nicht sehen. Das können wir schütteln. Das können wir schütteln. So... So, diese fucking Kamera... ...belangt an dieser Frau. Hä, du guck doch hier! Du kannst diese Bilder nicht... ...eingucken! Jaaaaah! Hm. 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 Hm! Hm. Ahh! Vielen Dank.